Auf dem Testserver sind vor ca. einer Stunde hier die neuen Patchnodes 1.114 erschienen. Diese schauen wir uns natürlich an. Es gibt auch wieder einige Neuerungen, die hinzugefügt werden. Das Update findet dann auch wie gewohnt morgen statt, also am 20.04.2023. Zwischen 9 und 11 Uhr sind hier die Wartungsarbeiten. Danach ist es dann soweit. Beginnen wir direkt mit Punkt Nummer 1. Und ja, ihr könnt es auch schon direkt sehen, wir erhalten in diesem Update keinen neuen Helden. Was ich schon mal ganz cool finde, liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt mit Rem und Emilia zwei neue dimensionale Heldinnen erhalten haben. Und dadurch kommt in diesem Patch jetzt kein neuer Held, was auf jeden Fall schon ganz nice ist. Weil wenn jetzt schon wieder ein neuer Held rauskommen würde, das wäre schon echt sehr, sehr viel. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr cool, dass kein neuer Held rauskommt. Beginnen wir mit Punkt Nummer 1 dann. Und zwar erhalten wir eine neue Reise der Wunder. Die startet hier auf dem Testserver am 25.04. Auch dazu wird es natürlich wieder ein extra Video geben. Punkt Nummer 2. Wir erhalten eine neue Bestie namens Slumber Seal. Diese können wir dann natürlich genauso wie alle anderen Bestien freischalten, wenn wir Kapitel 1440 abgeschlossen haben. Die können wir dann natürlich beschwören. Bei Punkt Nummer 3 erhalten wir eine neue Runde, sage ich mal, bei den fantastischen Bestien. Auch da können wir natürlich daran teilnehmen, wenn wir Kapitel 1440 abgeschlossen haben. Da wird es dann natürlich auch wieder einiges an Ködern und so weiter geben. Auch da werde ich euch dann natürlich, sobald ich das Ganze zu 100% abgeschlossen habe, auch wieder meine Lösungsteams präsentieren, wie ich das Ganze geschafft habe natürlich. Dann haben wir bei Punkt 4 eine Änderung. Die bezieht sich wahrscheinlich auf Punkt Nummer 3 bei den fantastischen Bestien-Abenteuern da. Und zwar geht es darum, optimierte Methode zur Inanspruchnahme von Beast-Raring-Belohnungen. Nach dem Ende des Beast-Raring-Ereignisses sendet das System automatisch nicht beanspruchte Belohnungen an die Mailbox des Spielers. Das kennen wir auch zum Beispiel von der Zeitspalte, zumindest von der letzten Season, wo es dann nochmal diese Extra-Belohnungen gab. Wenn man die nicht eingesammelt hatte, alle sieben Tage, dann hat man die ins Mailpostfach bekommen. So ähnlich wird das hier dann auch ablaufen. Machen wir weiter mit Punkt Nummer 5. Und ja, ihr könnt es sehen, letztes Mal war es noch eine Beta-Season. Jetzt kommt die offizielle Season der Abgrund-Expedition. Das heißt, das Geschwitze um die Top 100 geht wieder los. Solltet ihr euch in den Top 100 platzieren mit eurer Gilde, erhaltet ihr dementsprechend dann in der offiziellen Season jetzt eure Belohnungen bzw. die Rahmen, die man daraus bekommt. Natürlich wurden hier auch wieder ein paar Änderungen durchgeführt. Zum Beispiel, so wie ich es gerade erwähnt habe, die Ranglisten sind verfügbar. Die Gesundheit des finalen Bosses wurde geändert. Einzelheiten müssen wir im Spiel entnehmen. Die Prinz-Titelbelohnungen wurden auch geändert. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe vielleicht auf ein paar mehr Zeit-Embleme oder so. Das wäre ganz nice. Und dann wurden noch die Attribut-Bonis. Wenn man eben mit dem Endboss verbunden ist, eine wenig reduziert. Da müssen wir dann auch einfach mal schauen, wie viel das genau ist. Machen wir weiter mit den nächsten Punkten. Und zwar ist es so, dass die Zeitspalte jetzt 90 Tage geht. Das wissen wir ja auch schon. In dem Fall aber mit einer Pause von 7 Tagen zwischen jeder Season. In dem Fall, die Season auf dem Test-Server geht vom 11.04. bis zum 10.07.2023. Auf den globalen Servern ist das ja alles nochmal ein bisschen verschoben. Eventuell könnt ihr es ja nachrechnen. Spätestens dann, wenn die Patch-Notes rauskommen, wisst ihr es ja Bescheid. Aber eigentlich kann man das ja auch sowieso in der Zeitspalte sehen. Punkt Nummer 7. Die Boss-Formation für die Funktion Nightmare-Korridor wurde aktualisiert. Burning Brute wird durch der Feuer-Dämon ersetzt. Also ja, bin ich mal gespannt. Bei Punkt Nummer 8 wird es, so wie ich es zumindest richtig verstanden habe, ein Event geben für die Spieler, die zwischen Kapitel 10 und 20 sich befinden. Und zwar wurde eine neue zeitlich begrenzte Veranstaltung hinzugefügt. Abenteurer, die nach Ortszeit 23.03., das sind jetzt die Daten hier vom Test-Server, neue Helden erschaffen und die Kampagnen-Phase 20.01 vor Ortszeit 19.04. bla bla, nicht erreicht haben, können die Veranstaltungen am Tag nach Abschluss der Kampagnen-Phase 49 beginnen. Also so wie ich es verstanden habe, für Spieler zwischen Kapitel 10 und 20. Ja, bin ich mal gespannt, was das für ein Event sein wird. Bei Punkt Nummer 9 haben wir dann eine neue Runde im Nebeltal. Und bei Punkt Nummer 10, da steht es, wurde jetzt Kapitel Nummer 57 hinzugefügt. Ansonsten gibt es wie immer ein paar kleine Heldenfixes. Einmal bei Work. Crazio. Dann wurde noch ein Fehler behoben. Und zwar wurde in bestimmten Situationen ein Anzeigefehler auf der Kampf-Ergebnis-Schnittstelle verursacht. Das sollte jetzt auch mittlerweile optimiert sein. Und das Zoom-Verhältnis für einige Helden im Kampf. Die tatsächlichen Kampfeffekte bleiben aber auch unverändert. Also wurde da auch was optimiert. Also ja, das soll es in dem Fall dann gewesen sein zu den Patch-Notes 1.1914. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich finde es ganz cool, dass kein neuer Held rauskommt. Ansonsten sehen wir uns dann morgen zu dem Update. Mal gucken, was wir uns dann hier anschauen können. Unter anderem natürlich die neue Bestie. Wir sehen uns. Macht es bis dorthin auf jeden Fall gut. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.